Ja, jetzt bin ich wieder live. Jetzt sollte ich wieder da sein. So, jetzt geht's wieder. So eine Kacke, Mann. Geil, weiter geht's. Und die Wichser haben mich beide wieder mal getötet. So eine Scheiße. Die sind halt auch ein bisschen ärgerlich, ne? Die Typen da, wenn du zu nahe kommst, dann machen die dich weg wie nix. Weil die ist nicht so schön. Weißt du gar nicht, wie lange ich jetzt offline war. Also einer reicht mir schon, ne? Aber ein bisschen der Zweig kommt. Ein solcher Gegner würde mir schon vollkommen reichen. Aber nö, oh, scheiße. Ne, das wurde nicht passiert. Aber jetzt kann ich's werfen. Ja, nicht mal getroffen, weißt du? Wonderful. So, ab jetzt. Und. Jawohl. Nein, ich versuch gar nicht, ich versuch gar nicht mehr. Komm, du ist hier. Nicht gut. Oh, fuck. Wer hat damit fast? Nein, 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 oh, war Lava auch noch. Es ist halt wie bei Devil May Cry, man darf halt echt nicht die Geduld verlieren. Aber wenigstens läuft sie schön sexy die Kürze, das ist doch super. Na, wieder angesprungen. Ihr seid doch blöde Wichser, die zwei. Die triggern dich auch ein bisschen, denken sich so, oh komm. Da denkst du, die sind eh so langsam. Gehst du mal ran und haust sie weg. Ja, das ist doch ein Fehler. Ich meine, ich könnte es, aber schaut mal. Direkt das passiert dann. Deswegen, Forkett, den wett ich bitte, danke. Ne, den da. Ohne den Gegner. Hätte bitte gerne den, was weniger Leben hat. Ja. Ja, aber hier ist das Auto. Auto-Amy so aussieht, ich kann mir das ausrufen, oder? Doch, kann ich, wie der einst, oder? Ja. Ja, ne. Ich habe ganz oft was gehabt hier, die Sache. Ja. Ich habe Geduld, also mir ist das egal. Jetzt hatte ich Glück. Eigentlich ist das unspektakulär, weil er einfach nur weglaufen muss, und einfach nur ballern muss. Wow. Nö, 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 nö. Nicht mit mir. Nein. Ja, warum bin ich so ein Idiot? Warum bin ich so giri? Und verkackst du ihn am Ende. Oh, scheiße. Oh, scheiße. Alter, jetzt hat er sich auch noch mal geklappt. Jawohl. Geht doch. Eine Steinmedaille. Ich glaube, das ist das Schlechteste, was man kriegen kann, oder? Ich glaube, Platin, Gold, Bronze. Ne, Silber, also Gold, Silber, Bronze, und dann, glaube ich, Stein ist, glaube ich, das Schlechteste. Ist mir scheiße. Was balle ich jetzt überhaupt? Ah, dass ich da durch kann. Alter. Nice. Das war nice. Gut, wo bin, wo bin ich jetzt schon wieder? Irgendwie... Jackman's hier ist ja komisch. Oh, nee. Was ist denn diese Lava-Dinger? Oh, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Jawohl. Nein. Hilfst du auch mal, oder? Ist das kein Bock? Ja, ist kein Bock. Geht doch. Ja, da, Platin. War ja auch so schwer. War so verdammt schwer. Oh, nice. Oh, ja, genau. Was, genau. Bleib ich schon wegen so einer Scheiße. Jetzt könnte ich hier runter, ne? Ich könnte in die Hölle, beziehungsweise in die Bar. Tigrid-Katakomben, ach du Scheiße, sieht geil aus. Sieht so interessant aus. Aber ich gehe erstmal hier hin, weil ich habe auch nicht gut, wie wir leben, deswegen. Tschöne mal ein bisschen. Ja, mal in die Hölle. Oh, das ist sehr gemütlich. Noch ein L.P.? Hmph. Working me to the bone. But no need to pity me. I was bored anyways. Let me go whip some things into shape for you. Okay, ich glaube, da passiert nichts, was so spektakulär ist, immer nie herkommt. Das auch auslassen, danke. Hatten wir nämlich schon mal. Ich muss doch nur was kaufen. Ich will doch nicht immer sehen, was da ist. Oh, was ist das? Ein Ninja-Schwert. Geil. Gibt es auch? Hätte ich bitte. Was mir da hat, ich kann es sicher nicht kaufen, weil ich zu wenig Geld habe, ne? Wo gibt es das denn überhaupt? Wo habe ich das aber jetzt bekommen? Nein, ich wollte doch nicht das dort zur Hölle verlassen, verdammte Scheiße. Sollen wir noch ein bisschen umgucken? Oder habe ich das jetzt bekommen? Ja, hier habe ich es. Set A und Set B. Jetzt habe ich dieses Set. Die muss ich auch noch bekämpfen. Habe ich jetzt? Ah. Oh. Ich kann ja Angriffe auch aufladen. Das ist gar nicht. Okay, das ist schon mal sehr geil. Ich glaube, das Ninja-Schwert behalte ich mich. Ich liebe sowas. Wir sehen richtig cool aus. Aber hier, was ist das? Das ist Notes of the topic of magic. Bau nicht. Danke. Nein. Der Bild der Brücke. Wunderbar. Oh, das ist im Auge. Sieht aus wie so ein Portal. Da kann ich sogar checken. Das geht bitte, dass er dem Tor ähnelt. Und dann Katakomben darunter finden sich möglicherweise noch mehr Nachweise auf die von dieser alten Zivilisation geschaffenen statt. Bräuchte. Och du Scheiße. Lass mich leiden, da komme ich wohl nicht durch. Ich will doch sterben, dann habe ich wieder mehr Leben. Und dann kann man das aufladen. Ich kann nur sehr lange in der Luft bleiben irgendwie. Ich hätte das mal jetzt voll aufgeladen. Krass. Krass. Ach, mein Leben ist trotzdem zu niedrig. Wollte ich mich machen mit nicht mal einen Strich. Dann dachte ich mir, dass das aufgeht. Alter. War es früher so hier aus? Schon sexy? Paradiso. Garten ist nichts. Ja, das ist schön. Trotzdem würde ich bitte gerne ein bisschen mehr leben. Oh. Ich glaube hier unten muss ich da nicht lang. Ich muss glaube ich am... Das ist immer cool. Beim Wasser hochjumpen. Nette Idee. Wir tun. Ich denke auch so, ob ich irgendwas machen kann. Ah, checken kann ich. Was ist das, ne? Hm? Keine Kraft wird es getragen. Wird es halt das? Haben wir hier noch... Ein zerbrochenes Herz. Ist da noch irgendwas da hinten? Okay, was muss ich jetzt hier bitte tun? Muss ich da irgendwie da... Da ist auch wieder was. Was ist das? Ein Hebel. Den habe ich davor gar nicht gesehen. Bin ich blind? Geht's. Mikro sagt auch nein. Kannst du hier... Größer Marsch. Wollt ihr alles räumen? Bin doch da, Mann. Was ist das? Fuck, ich habe mir jetzt das Mikro einfach weg. Mikro müde. Mikro schlafen. Was geht jetzt ab? Ja. Komm jetzt. Weiß Ding. Schreiben kann diese Sandtut in Lauf der Zeit. Okay. Was? Eins. In zwei. Wird nur wieder ganz. Ich frage mich, ob diese Kraft auch in anderen Dimensionen ist. Wirkt. Jo. Ich checke halt absolut nicht, was ich tun muss. Okay. Ich habe das jetzt... Bei mir. Und so wie es aussieht, muss ich wohl wieder da zurück. Oder muss ich da dann lang? Damit? Oder kam das jetzt neu? Ich weiß es nicht. Ich glaube eher, dass ich vielleicht mit diesem Teil hierher muss. Sehen wir gleich. Ich mache das jetzt nochmal. Vielleicht hilft das ja. Nicht schießen. Ne, wir benutzen. Ich glaube da beim Wasser komme ich doch nicht durch. Oder komme ich zum Wasser wieder zurück. Wenn ich hier wieder runterjumpen. Eigentlich wäre es ja logisch, wenn ich da jetzt wieder zurück müsste, oder? Oh, wie falle ich denn hier durch? Aber ich kann ja wieder zurück. Also kein Problem. Okay, dann versuche ich mal da durchzugehen jetzt. Genau. Das ist aber das, was ich denn nicht wollte. Und dann hier das benutzen, damit die Brücke wieder ganz wird. Ne? Ist ja gut klar. Ich hätte ja trotzdem gerne einen Checkpoint, weil es kaum wieder ging und ich habe nichts zum Leben. Ich habe nichts zum Heilen. Kein Leben, würde ich sagen. Ihr könnt mich mal am Arsch lecken. Ich bin eh nicht tot. Ah, jetzt wird das Fliege sogar runter. Ja, aber die folgen mir alle. Achso. Die brauchen wir nicht folgen. Hau ab. Die sind sogar weg. Und das ist Heilung. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Alter, gar... Loch geschafft, Alter. Scheiße, Gott, das ist vorbei. Oh, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich jetzt hin, wo muss ich jetzt hin? Alter, krass gemacht. Ich bin da ganz unten. Super. Oh shit. Oh shit. Also irgendwie fühlt sich das an, als ob mir das das Ende vom Spiel wäre, obwohl es aber eigentlich noch am Anfang ist, ne? Oh, oh, oh. Nein. Ach, jetzt bin ich tot. Ein kleiner Kratzer und vorbei, ne? Hatte ja gar kein Leben. Finde ich mal ein bisschen. Hat mich irgendwie so ein Typ angefurzt oder so, weil ich eh umgefallen. Jetzt kann ich mir ein Fehler leisten, aber das ist egal. Glaube ich nicht, wenn ich kurz getroffen werde. Ja, komm, nicht in die Luft. Dann werde ich runterfallen. Das wäre nicht so sexy. So, boah, ich habe mir noch irgendwas zum Rausholen. Was ist das? Wir sind zerbrochen, das Hexenherz. Okay, die Lebenskräfte der Hexe, das ist alles vor. Äh, ja. Muss ich aber erst mal braunen. Warte mal, kann ich vielleicht schon braun? Ja. Das ist mega Kräuterlutschergrün. Gut, was kann ich jedem trauen? Ich glaube, das ist Heilung auch, oder? Kann man das auch kombinieren? Ja, das kann man doch kombinieren, ne? Da haben wir einen hiervon. Wie geht das? Hm. Warte, was mache ich denn hier verdammte Scheiße? Bisschen zurücksetzen, danke. So, dann brauche ich mal ein bisschen das gelbe Zeug hier. Mega Mondlutscher. Ja, jetzt kann ich das... Nööö. Das ist eigentlich zerbrochener Mondperle. Keine Ahnung, was man denn machen kann. Jetzt habe ich es eingesetzt, ich bin doch auch dumm, ich wollte es eigentlich nur zuweisen. So, wie kann ich diese Dinger jetzt spielen? Okay, ich habe halt das jetzt schon mal benutzt, ich hoffe, dass es nicht jetzt ein Fehler war. Dass er da vielleicht irgendwas machen kann, damit wir irgendwie die Fresse hauen oder so. Wieder schön hoch. Oh, da kommen Steine runter, oh fuck. Vielleicht die auch wegballern? Ja. Nice. Aber ich muss echt sagen, ein cooles Level-Design, gefällt mir. Aus diesen Löchern fließt Lava, die Karte kommt im Semmel, weil es sich ja zerstört. Ne, wirklich. Das schafft halt gar nicht auf. Das sieht schon cool aus. Oh, jetzt geht es da wahrscheinlich irgendwo rein zu einem fetten Fight. Was müssen wir da machen können? Können wir da jetzt noch was checken können oder? Nein, es geht zu spät. Alter, das Gebäude sieht mal richtig pornös aus. Na, jetzt Kapitel 3 haben wir auch fertig, ich weiß gar nicht, wie viele Kapitel es überhaupt insgesamt gibt. Lass mal dann sehen. Welche Disch. Steinauszeichnung, vielen Dank für die Steinauszeichnung. Wundervoll. Ist doch nett. So, dann bin ich hier immer sehr schlecht. Oh, der ist gut, der ist gut, der ist gut, der bewegt sich auf. Nicht zu viel. Hm, sind wir weg. Reißer. Jetzt ist es wieder weg. Ach, scheiß doch. Round over. Round over. So. So. Cool. Kapitel wird abgeschlossen, dann geht das nächste Kapitel weiter. Kapitel 4. Auf geht's. 1 2 1 2 3 Okay. Das ist so klasse aus, ne? Entschuldigung. Ich habe vergessen, dass ich einen der Grund, warum ich dein Kind schraube habe. Du bist viel zu dumm, nicht aus deiner Schmerz. Ja, ha, ha, ha! Mamoreda, Wabonchita, Tiat, Kalipas? Koronso, Iphovin, Ixom, Patsch! Haha! So, jetzt müssen wir denn... Oh, nee! Da hat er mich schon direkt! Alter, nice! Moment, die Fresse schießen! Oh, oh! Weiße, Lava glaube ich nicht gut. Lava, nein, gut. Fuck, ey! Oh, shit! Oh, shit! Okay, ich hab keine Ahnung, wie dieser fucking Boss funktionieren soll. Okay, aber gut, die Lava tut mir schon was. Ja, super, da ist Lava über dem Boden und ich muss gegen den Boss kämpfen. Wie soll das funktionieren? Die Fräse. Ja, ist ja eh klar. Also außen nix. Okay. Und jetzt bin ich vor selbst umgefallen. Ich glaub das ist nicht so schlimm. Ich darf halt nur nicht... irgendwie in der Lava sein. Ich darf halt nur nicht irgendwie in der Lava sein. Also das ist jetzt echt ein schwerer Kampf. Aber man hat doch nur so viel Leben. Du Scheiße, Alter. Ey, die sind krampftigen. Wie willst du das hinbekommen? Oh, da ist irgendwas. Okay, da ist irgendwas am Boden, glaube ich. Das kann mir helfen wahrscheinlich. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich glaub ich hab nur die weg. Wo war das jetzt? Ich dachte, dass wir die, wenn wir alles gekriegt gemacht haben, oder? Oh, shit. Ja, da. Wirklich das? Oh, ne! Du bist doch auch hinkommen, ne? Schau, ich bin direkt hinter dir. Was ist das? Ahhhhhhhhhh. Nein, das macht jetzt alles wieder hier normal. Da weiß ich nicht, wie viel bringt sie. Also die Bücke... Ne, die Bücke ist nochmal da. Wenn ich auf der Bücke ein bisschen besser kämpfen kann. Wenn man das besser kämpfen kann. Oh! Okay, schön. Moment, kurze Pause an der Seite. Ich muss erstmal rausfinden, wie dieser fucking Bossfight funktioniert. Jooo, schlag mir heute den Schwanz um die Fresse. Bin ich im Porno oder wo? das war nicht nett ich mache dann auch kaum damage, das ist das problem obwohl jetzt habe ich gut damage gemacht, obwohl auch immer auch hier ist alles voll mit lava ich tue scheiße dass ich bitte wieder hoch ja spring halt in die lava warte, ich habe Gegenstände, benutze ich die benutze ich die Gegenstände benutze doch so, jetzt weiß ich auch wie ich mich ein kann ich will das auch benutzen, danke das geht wieder down aber ich will das wieder hoch machen komm schnell benutzen, benutzen och man nice jetzt ist das ganze glaube ich sogar noch in die lava, oder? ja, das ist auch in die lava das ist sehr gut nur die P bitte gerne wieder runter, danke dann kann ich hier ein bisschen rumlaufen gerade kurz, kurz ins Menü, ich muss hier kurz mal in die Objekte gucken ähm was macht das eigentlich? hm ich will das irgendwie benutzen, oder so ne, eins von zwei das eigentlich Schaden, aber das könnte ich doch mal benutzen, oder? das könnte ich doch mal zuweisen, oder? kann ich damit nichts machen? hm shut up Mit Zubehör mit Zubehör drauf Wollt Kann man doch auch irgendwas mit Zubehör machen Ich glaub ich bin zu doof dafür Mö Oh, fuck it. Das hat die auch wieder komplett verfügt. Das ist wieder komplett falsch. Ah ja, so du musst das. Let's check this. Hier. Ah, das geht gar nicht anders. Okay, dann das mit dem hier und dann unten einfach nur die Waffen. So, das passt. So passt das so unnötig. Das ist super geil. Also diese Boss geht mir echt in die Hand. Okay. Da wird schon direkt kein Bock mehr auf diesen Boss. Ja, springen alle in die Lava. Weiß ein bisschen, weil du rüber geht's doch noch, oder? Ich bin jetzt schon benutzt, ich benutze es doch. Ja, aber das klingt sich halt auch nicht so viel. Ja, genau. Ja, genau. Alter, das ist da wahnsinnig. Okay, wir haben jetzt ein bisschen Damage gemacht, so was wieder herstellen. Und damit hat man eigentlich einen besseren Vorteil. Geh dann da, geh dann da. Geh dann! Geh dann! Geh dann! Geh dann! Geh dann! Mann! Jawoll! Das war gut. Aber jetzt aufpassen Laufner ran Woa 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 Ich glaub ich fack das nicht Na das ist ein Hitachi-Denta Alter Ich hab den eingebrochen Wo fliegst'n du jetzt hier rum? Ich hab den überhaupt da Ich hab den nicht oder? Ach du scheiße Ach du scheiße Alter wie geil ist das? Jaa So ein riesen Teil kann ich einfach durch die Gegend schleudern Au Nice Nice Ein Köpfchen weg Nice Nehmen wir ein Köpfchen da Ich hoffe dass das zwischenspeichert ist Sonst hab ich ein Problem Wenn das nicht zwischenspeichert hat man echt viel drauf zu hauen auf die Fresse Das wär nicht so toll Nice 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 Nein Ich bin homilig gefreit Ich bin homilig gefreit Benutzen, benutzen Benutzen, benutzen Ich hab kaum Leben mehr Ich denke, die Rebe taktikamente nicht noch mal. Ich bin der Tod. Nein! Ich lebe noch, ich lebe noch, ich lebe noch. Ich lasse den Schuh vorbei. Ich lasse den Schuh vorbei. Alter, wie viel Leben hat der? Ich glaube, da kommt noch eine Leiste. Ich glaube, da kommt wirklich noch eine Leiste dahinter. Drei Lebensleisten, ist das denn? Scheißernst? Das sieht echt nach einem Boss aus. Okay, wenigstens ist das gespeichert jetzt. Wenn ich mich nicht abgezogen habe. War ja schon zu klasse. Ich will das nicht speichern, wie wir die Boss fight. Ich bin doch ausgewichen. Die zu früher gesprung. Wo hat er sich mit der Stoffflinte? Was jetzt? Oh! Alter, da haut ihr da aus. Das ist gut. Jetzt muss ich wieder hoch, irgendwie. Wow! Na, warte, sehe ich wieder kaputt. Na, was kaputt? Ich hole sie wieder hoch. Oh, scheiße. Was ist so scheiße, scheiße? Ich hätte es ein bisschen geben können, aber das lohnt sich auch nicht. Was? Was? Windows... Hä? Jetzt brauche ich kein Windows-Update. Danke. Ich bin gut da hin. Komm, das bisschen noch runterhauen, dann ist vielleicht wieder gesaved. Noch wieder mal. Ah, nice. Jetzt kann ich das wieder machen. Gut. Das wird irgendwie kein Damage. Das wird wirklich heißen, dann ist alles. Viel hätte ich das nicht gemacht. Und wo gehe ich jetzt drauf? Uh-oh. Oh-oh. Okay. Das wird interessant. Ich habe überhaupt keinen Wehm, ich weiß nicht, was er macht, aber er bin nicht tot. Oh, habe ich mir auch gedacht, ne? Aber fort geht. Okay, das kommt ja alles auf so'n scheiß Boden raus. Oh, oh. Ja, und wie soll ich denn bitte... ...auswärts, wenn ich ihn nicht mehr sehe. Warum habe ich einen Countdown? Ja. Einfach Wanda. Warum schieß ich immer? Komm einfach zu dir, du Bitch. Oh, shit. Man darf doch nicht zu gini sein. Das hat den Befehl. Nee. Scheiße. Ah, ich hätte dich fast gehabt, du Schwein. Das gibt's doch nicht. So, wenn ich Leben noch gehabt. Na, was willst du denn da großartig machen? Was willst du da großartig ausweichen? Nein. Ich bin in die Fresse gezogen. Sorry. Und dann... Nöööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööööhmm! Nein! everywhere about that with Journey with extremes Umzetth IN Mannheim, ihm auf die Schwerse drama babbel! Ich meinte aberover so ein Durchsituation der umviesen Serie bringen, Die sind immer angestoßen. Warte, wie kriegt mich das noch? Ja, scheiße. Geiße. Wow. Okay, nach oben kann man das nicht ausreichen. Wow. Jetzt ist es vorbei. Stirb, stirb, stirb. Yes. Oh nein, oh nein. Warum lebt er noch? Ah, jetzt keinem. Nice. Alter. Oh لا. Oh, ja. Jetzt. Da. Das war's. You know, you're not nearly so ugly when you're screaming. Foretold? Explain yourself. Yes, yes, yes! Let's do it! 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 Oh, what a day! Nice! Noch eins fertig. Bin echt gespannt, wie viele Kapitel es überhaupt insgesamt gibt. Aber wir sind jetzt mit diesen hier fertig. Ladies and Gentlemen, it's what you've been waiting for. Danger! Attack! Ready, fire! Super! Round over! Brrrr! Dash war wunderbar. So, jetzt gehst du in die heilige Stätte. Schau dir, wie genau die Spanke das aussieht, ja? Hede des Halbmodus in Summe. Wohin! Where the hell am I? I'd better have got frequent flyer miles for that flight. Wait. Okay. Moment. Nice. Ein bisschen Combosiv muss man natürlich durch. Gut, das ging fix. Es wird nur nicht so schwer die kleinen Dinger. Gott ist scheißegal. Okay. Uh, da warten wieder irgendwelche komischen Typen. Wie süß das? Ach du Scheiße, wer seid ihr? Ist das eine Kuh? Heute haben wir eine Kuh. Grace and Glory. Okay. Jo, jo, jo. Okay, okay, Alter. Ihr legt schon mal los am Anfang, ne? Okay. Easy. Das war zu easy. Das war zu easy. Haben die denn noch irgendwas? Oh, da ist irgendwo. Was ist denn das bitte? Was kriege ich denn damit? Oh, da sehen wir dann gleich. Irgendwie eine Hand oder so. Krass. Ohne gleich was ich damit machen kann. Bin mal gespannt. Aber die werden wir das dann gleich testen. Oder auch nicht. Ja gut, so interessant war, dass das aufhört, ne? Diese komische Kralle. Eher langweilig. Einfach nur zuschlagen damit. Gut. Uninteressant. Was ist denn Lippenstift bitte da? Lippenstift bitte. Lippenstift bitte. Ich habe oft gesehen eine Frau ohne Lippenstift. Aber Lippenstift ohne eine Frau? Die größte curious ist, nicht wahr, Cheshire? Was ist auch die größte curious ist, wie ein Kind wie du, hat sich in dieser Stadt gehalten. Was ist? Die Name ist... Luca! Und nicht wahr, dass es etwas strange zu sein, dass ich mich über meine Wellbeing beschäftigt? Natürlich, das Festivale der Resurrecke ist die Sicherheit. Das Ding nur passiert einmal, alle 500 Jahre. Kann man sie schulden? Außerdem, wenn du so gut wie ich schuldigst, die Sicherheit ist kein Problem. Ein Körner wie du, auf der andere Seite, ich bin sicher, dass du einen Weg gefunden hast. Das kleine Mädchen. Ich habe sie irgendwo gesehen. Ich bin mein Lieber. Sieg mit dir. 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 Keine Angst auf mich. Wir beide wissen, dass du hierher kam für etwas. Aber was du nicht wissen, ist, dass die dichter du bist, wird es schwer für dich, zu entfernen von mir und was du hast. Du musst dir alles aufsuchen. Ich kann nicht warten, für dich zu bekommen, auf was du bist, du bist vor. Ich denke, du willst einen Körner. Na gut, wenn du noch immer so жив bist, vielleicht kannst du meine... ...generalität. Noch immer so жив? Du kannst mich stehen, aber du bist definitiv nicht in der Realität. Das ist ein Schade. Weil die Wahrheit immer wird die Wahrheit sein. Alles, was ich sehe, wenn ich dich sehe, ist, die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du mein Vater hast. Ich weiß nicht, wer mir glaubt. Sie können nicht die Wahrheit nicht die Wahrheit. Die Wahrheit wird mich frei von deinem Schmacken auf meine Leben. Die Wahrheit wird mich aufbauen, dich zu den Welt. Dann, werde ich gewonnen. Ja. Und ich werde das ohne mich zu deinem Lied. Weil ich nicht ein Schmacken wie du. Oh, 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 oh! Was machst du? Möchtest du mich in plain sight? Geh mal. Es wird nur alles, was ich gesagt habe. Das ist in den Herz ein paar junge Frauen. Claire, Trish, Sylvia und Amy. Oh, wenn du sie nicht lass mich dir sagen. Hell hat no Was was ich war nicht war nicht Da hat die einfach mal in den Arsch gepackt, ne? Why not? Das sind die komische Dinge, die nicht wieder so was anspringt, oder? Bitte nicht wieder so ein Teil, was mich anspringt, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Äh, sieht aber schon sehr danach aus. Ah, fuck. Ich bin los. Woah, 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 woah. Fuck. Woah, du beschließt ja auch ein Feuerball. Bye-bye. Nee, ich lebe noch. Oh, die Frage ist, wie lang. Okay. Nice. Alter, da ist er auch. Das ist wohl mal gut. Nö. Ach komm, ey. Wegen einem kleinen Fehler. Wegen einem fucking kleinen Fehler. Und dann habe ich sowas von cool fertig gemacht. Du machst einen kleinen Fehler und bist tot. Wunderful. Ein Bayonetta funktioniert nicht mehr. Warum ist jetzt mein fucking Spiel abgestürzt? Das ist noch gar nicht passiert bis jetzt. Scheiße. Das fucking Game ist noch gar nicht abgestürzt bisher. Ah, da, jetzt habe ich gesehen. Jungs, ich habe den Chat nicht gesehen. Ich glaube, Jungs und Melis, ich habe den Chat nicht gesehen. Irgendwie hat sich das nicht wirklich aktualisiert. Sonst hätte ich geantwortet, Jungs. Mädels. By the way auch. Hallo an... Sarah. Hi. Löd, ich habe nicht gesehen, dass der Chat irgendwie läuft. Ich habe gedacht, es ist keiner da und schreibt keiner. Jetzt sehe ich es wieder. Ah, wahrscheinlich, weil der Stream halt offline, online... Wenn noch jemand von dir da ist, dann könnt ihr es schreiben, ne? Aber ich habe es da... ... ... ... Das bei Donetsch steht not farb. Sorry, wenn ich mir nicht geantwortet habe, wie gesagt, ich habe nicht geantwortet. Nein, das steht nicht. Ich schaue mal eben kurz nach. Ich glaube, das war der alte, jetzt muss er richtig sein. Wenn du noch da bist, überhaupt nicht. Ein Chat hat sich... Schreibt halt keiner, ne? Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich ignoriere euch, ne? Ich hoffe, dass es gespeichert hat und dass es gespeichert hat, damit ich... Bin ich am Arsch, weil ich keinen Bock habe, wieder das Ganze neu zu machen. Ich hoffe, dass ich jetzt auch mal den Chat sehe. Der Bayonetta funktioniert nicht mehr schon wieder. Was soll die Scheiße? Mein Bayonetta will nicht mehr. Hä? Warum drücke ich irgendwie auf? Da ist es und dann will ich es nicht mehr. Ähm, das Spiel heißt Bayonetta. Not Penner, wenn du noch da sein solltest. Wenn ich mir nicht verklaut habe, wenn ich nicht geantwortet habe. Das, was ich gesehen habe. Bayonetta. Äh. Geht nicht. Ehm. Aber f***, man. Ehm. Tja. Tja. Oh. Ich habe gespeichert bei Kapitel 3. Wenn ich auf Fortsetzen gehe, wird das Ganze einfach immer nur ab. Dö. Ja, kann man vergessen. Das war es mit Bionetta. Weil ich wollte die Du spielen. Weil das nicht gespeichert hat und weil ich da bei Kapitel 3 war. Das ist doch sinnlos. Warum speichert das nicht? Warum stürzt es überhaupt ab? Macht keinen Sinn. Aber ja, ich bin immer weg. Falls ihr den Stream noch im Nachhinein sehen solltet, Lord Penner und nur ein Girl. Sorry, dass ihr nicht geantwortet habt. Ich habe das nicht gesehen. Irgendwie wollte das mir nicht anzeigen, YouTube. Das ist jetzt, als ich neu gestartet habe. Neu aktualisiert aber. Ja, ist egal. Ist halt schade, aber macht nichts. Kann da machen. Bionetta, mal gucken, ob es dann noch läuft. Stürzt dir ab, sonst hätte ich noch gemacht eine Stunde. Das ist egal. 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 Vielen Dank.